Die Frau hat die letzte in der doppelten Lottchen gelesen und hat eine Farbe Zwilling bekommen. Oh, meine Frau, ist das? Sie hat jetzt ein Muschkild hier abgelesen und hat jetzt kein Kind bekommen. Der Tuch muss in einem Heim, in einem Verkauf, weiss ich, wieso ist jetzt zu Hause. Können Sie bitte den Kalkomien haben? Ja. Bitte schön schön. Ihhh, grüß ich ein Kaugummi. So. Okay. Ah! Ah! Oh, was? Ja, da wird rein. Kaugummi am Boden geschlossen. Ah! Oh! Er hat noch einen Kaugummi. Ah! 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 Oh, ich hab's versagt! Ist das schon wieder so ein blöder Kaugummi? Ah! Ah! Ah, mein Kaugummi. Alles Gummire Мы Schick Switzerland BOichi Wissen Sie was Weiß nicht was das ist Wissen Sie was Häusl pressed? Weiß nicht was das ist Wissen Sie was Oben ist Ah dort hinten rechts Das spart Papi Und wenn du mir vor einem Franken gehst Dann sag ich dir was Mami zu einem jungen Milch mal gesagt hat. Da, was hat sie gesagt? Rieb den Milch, bitte! Fissenfall! Alle, auf den Gaffeln! Alle, auf den Schafeln! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Hör mal da auf ihn! Das ist ein Blödlust, gell?